also ja ihr stronghold und so crusader kreuzzug animation ist ziemlich rucklich trockenes land ich würde sagen fangen wir an mit richard löwenherz das ist eine map die ich früher gern gespielt habe weil ich habe das muss ich immer noch dazu sagen ist das erste mal dass ich das erste mal kreuzzug spiele und die map habe ich einfach mal so gespielt und ich sitze hier ich habe ich habe eigentlich alles und der kalif kann eigentlich nichts gegen den löwenherz wenn ich dem löwenherz eventuell noch mit meiner besseren echo als er unterstütze weil grün haben sie eigentlich der da unten hat probleme mit grün die wir da wahrscheinlich vom löwenherz streitig gemacht bekommen ich weiß nicht wie viel stein sie haben aber das benutzen sie eh nie so voll aus aber mit dem vielen gold können wir halt unglaublich schnell am anfang unsere echo hochziehen probieren was mal gucken da ok wollen wir den hier hierhin ok wir haben unglaublich viele ressourcen wie es aussieht ich gleich mal größer hinter mir gleich mal den besten platz hier weg oder was und die dinge sind auch noch in die falsche richtung 1 2 3 4 alter bin zur stelle was machen wir denn da ich komme voll klar ich komme grad voll nicht drauf klar es sind nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verwalten das interessiert mich gar nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verwalten die holzvorräte sind zu knapp ja ja lass mich raten ich habe vergessen markt zu bauen ich habe nicht genug für den markt wir haben nicht genügend holz mein lord ich bin so verwirrt ich brauche leute um meine echo aufgebaut eine von denen reicht das hier das hier dass wir benötigen holz ja scheiß drauf ich will erst mal eine stabile echo aufbauen bevor ich mir anguckt was ich halt so viel so viel davon ich hatte löwenherz okay wo sitzen die okay die map ist groß die mob map ist scheiße groß wo sind die furten die furten sind hier oben ganz da oben das heißt ich werde ich werde nur von oben angegriffen okay strategie falsch aufgebaut okay aber kann ich ihn nerven er ist zu weit weg kann ich ihn nerven der ist nicht zu weit weg ihr könnt das nicht dort platzieren mal laut okay interessant ich meine wenn ich so viel von dem zeug habe dann werde ich gleich anfangen erst mal solche welle hier zu bauen dann würde ich sagen denken wir erstmal groß und nicht zu minimalistisch wir benötigen holz wir benötigen holz ja gut stimmt ich hab dich gar nicht um holz gekümmert shit haben wir noch leute ja haben wir ich fiege jetzt wieder holz zum ok es werden rekruten benötigt sei eine nachricht vom kalifen die geier sammeln sich sie kreisen über eure erbärmlichen burg es wird eine nachricht vom kalifen ihr strabaziert meine geduld ich werde euch zermalmen ich schneide ich den buch ausgeben kann junge sauf hat er tun soll er trocken halen zum okum vor allem mit dem geld nach noch viel klimatik nach noch dachte am rick zum okum hallo kam er hat das hat shit 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 was sie nicht zu weit kommen wir werden überfallen ok ok also seine strategie ist dieselbe wie sonst als auch mit pech werde ich eh nicht arbeiten das ist mir zu feuer gefährlich eine nachricht vom kalifen mein sieg ist nahe in der wüste wird blut fließen noch ehe der tag zur neige geht du 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 wie weit können wir hier unsere türme bauen das ist erstmal die frage bis hierhin kann ich bauen hier drüben kann ich nicht bauen hier kann ich bauen nachdem sein burck ah burck ist zu weit weg das hier gehört dem richard ok das ist mir relativ egal das müssten auch richterseinheiten sein das würde ich ja drauf schießen äh der hat den angriff abgeblasen ich kann nicht bis hier oben bauen ne ok nein ich kann keine angriffe und ich kann auch den transport von eisen kann ich nicht einfach so upsala hier brauche ich ein paar kollegen kollega kann ich nicht bauen kann ich nicht bauen schütt wird aber trotzdem hier ankommen vermutlich deswegen baue ich mal kurz hier rein ok kommen die da drüben komm da rein ich kann hier rum kommen aber das ist ja sein bier unsere lebensmittel vorräte wachsen sei ja gut keine ahnung eure verbündeten eine nachricht von richard löwenherz eure versorgungskarawane ist eingetroffen ich danke euch mein lord ok ich muss mit hier muss ich jetzt mit nichts weiter rechnen ok erstmal unnötigen scheiß verkaufen ihr habt nicht genügend güter äh ich hab die was ich mal machen muss hier sind mir die bäume im weg 1 2 3 wie viele kollegen haben wir noch zu wenige hier genau ich hab die bei mir müssen weg müssen alle weg hat sich der richard löwenherz schon ausgebreitet der hat doch hier schon alles hier hat er auch genug hier kommt er schon an na ganz ehrlich ich werde den einfach trinken ich sehe jetzt kann jetzt glaube ich nicht sehen genau wie viele steine er hat aber ich glaube er ist nicht zu gut da trinken hola ok die gesamtmenge müsste eigentlich reichen ja genau sobald mehrere von denen kommen habe ich vollkommen gelitten ähm am brustschützen am brustschützen brauchen wir eine nachricht vom kalifen naaa ihr strapaziert meine geduld ich werde euch zermeinen deine mutter passt so ja passt so halber kann man nur ungeil bauen hier kann man nur ungeil bauen hier kann ich hier noch bauen das ist äh ich hab nicht so viele baumöglichkeiten hier auch hier habe ich noch genau eigentlich brauche ich ja nämlich nicht die plus für kühe hansch ich hab noch so viel ressourcen das ist genau skalieren wir in die richtung die müssen nach oben laufen und nach da unten zwei drei ja in diesem gebäude gibt es keine arbeit sire dann machen wir noch dumm zeug wir werden überfallen ihr seid der größte herrscher und weil ich Geld ausgegeben habe um mal schnell ein paar Leute auszuheben was ist der Deku mit der Fackel töten kann man machen muss man nicht guten morgen eure sind gar kein nicht ausgelastet hier ein hier ein und hier ein die muss man voll auslasten weil wenn die nicht ausgelastet sind können sie nicht arbeiten genau Mehl sowieso zu viel muss man echt mal gucken wie es aus dem Verhältnis jetzt alles steht der Kornspeicher ist voll wer hätt's gedacht ähm ok das steht auf Eisen können wir nicht setzen Eisen müssen wir uns kaufen das heißt was machen wir das Beste aus wir machen das Beste aus dem Stein das wir haben und da unten hat es auch hier nur eins hingebaut ja genau theoretisch könnten wir das Eisen noch äh das Stein noch sagen wir werden überfallen überfallen oh da sind ein zwei Leute smoo okum nach nur tahta amri sanatruko halan hallum Angristhaltung und da ich eine Balliste gesehen hab ja noch den hier hin 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 euer Gnaden nennt euren Wunsch Belagerungsgeräte bemannt smoo okum für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister und da kommt eine Menge an Einheiten das kann auch einfach eine Menge an Türmen durch meinen Mega Steinvorteil werden und die mit smoo okum und billigen Bogenschapche wie Nasswengen Nasshav so eine Nachricht vom Kalifen Bereitet euch zum Sterben vor, Ungläubigabeln. Ja, keine Ahnung, grad nicht. Oh, der schießt aufs Falsche. Hä, jetzt ist er sich schon wieder zurück. Ach nee, ja, gut, jetzt greift mir den an. Ambrotsschütten? Ambrotsschütten. Ambrotsschütten. Das ist Nummer 4. Achtung! Es werden Waffen genügend sein. Achtung! Und Marsch! Okay, linksrum läuft er erst gar nicht. Ja, schlachte die Tür ab. Bleibt noch bestehen. Du darfst bloß abschießen. Wie weit kann ich bauen? Ich kann bis da oben hinbauen, Alter. Das ist hier vorne noch fruchtbares Land. Nicht, dass ich das irgendwie gut mache. Nein, kein fruchtbares Land. Finde ich gut. Das heißt, hier vorne machen wir eine schöne... Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Nein, ist es jetzt nicht mehr. Genau. Ähm... Das ist wahre Macht. Ich mein, wir scheißen ja quasi Stein. Ach gut, das sind hier irgendwie Kamele oder so. Soll mich jetzt auch nicht unbedingt stören. Was sind die neuen? Packen wir da hinten rein. Drei Kollegen hab ich ja noch. Unser Werkzeug ist bereit. Belagerungsgeräte bemannt. Ja, das war's. Und, äh... Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Irgendwo noch arabische Schwertkämpfer. Vorwärts! Die Schwertkämpfer packen wir hier die Handbrustschützen hin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es jetzt irgendwelche großen Vorteile hat. Okay. Ganz ehrlich, wir spam jetzt Bogen schützen. Scheiß einfach drauf. Nein, der nicht. Nein, der nicht. Nein, der nicht. Ja. Spam ist jetzt einfach. Ich mein, wir haben so viele Ressourcen. Wir machen den jetzt einfach voll. Mal alles voll. Mal alles voll. Mal alles voll. Dude. Ja. Keine Ahnung. sein. Ich glaube, ich stelle die zwei hier noch auf Armfrüste um. Weil irgendwie scheine ich zu wenig Armfrüste zu haben oder so. Genau, das Eisen verkaufe ich auch mal. Da habe ich absolut keine Verbrauch für... Äh... Achtung! Und los! Die würde ich eigentlich hier hinten hinstellen, falls hier hinten rum die... hier hinten rum hinstellen, äh, hier hinten hinstellen, weil hier hinten manchmal auch die... diese fetten Schwertkämpfer rumlaufen. Es fehlt hier natürlich genau eine Treppenstufe. Also nächste Ladung von den Tüten kommt da hinten hin, weil... Boah, sie müssen mit nur Unmengen, aber der kommt auch nicht mit Unmengen. Die haben mit dem Gold... waren sie eigentlich am Ende. Sie haben bloß viele Leute, wie es aussieht. Ja, sie haben sich jetzt die Burg vollgestellt. Ja, und die haben jetzt ihre volle Ausrüstung gebaut. Und damit sind sie eigentlich am Ende. Das heißt, ein, was ich jetzt machen kann, ist dem... eine richtig fette Eco aufbauen. mit dem ganzen Holz, das ich, äh, gemacht hab. Dann schick ich den Bögen. Oder so irgendwas. Das braucht man, was wir brauchen. Das werden wir brauchen. Ja, dann schnüren wir eben ein richtig schönes Paket zusammen. So. So. Muss man es noch weiter übertreiben? Übertreiben noch ein bisschen. Übertreiben noch ein bisschen. Das sind die Stein jetzt eigentlich ausgelastet. Fast ausgelastet. Bis auf das von Richard Löwenherz. Aber ansonsten meines sind ausgelastet. Ja. Ja, dann läuft es. Das ist wahre Macht. Wir haben zu viel Laufstrecke eigentlich, nach da unten. Das heißt, das macht hier eigentlich gar keinen Sinn mehr. Dann machen wir die zweimal weg. Dann verlagern das Ganze nach oben hin. Was ist Torhaus? Da oben. Keine Ahnung. Da hin, da hin, da hin, da hin. Damit Holz nachgeliefert wird. Ich glaube, die Bogenvorruktion war gerade so mal an. Mein Verteidigen kann ich nicht mehr. War er nicht noch Anbruchsschützen oder so? Achtung! Es werden Rekruten benötigt sein. Waffen geschultert! Und... Marsch! Ein paar Leute kommen. Wo berätende Bogen schützen? Äh, keine Ahnung. Sagen wir mal... Wenig machen? Zu drei. Bin zur Stelle! Es werden Rekruten benötigt sein. Ja! Sind auf dem Weg! Ich glaube, wir können gerade nochmal... Bin zur Stelle! ...ne Runde nachbestellen. Bogenschützen bereit! In Bewegung! Da haben wir nicht genug. Rücken aus! Wir fahren hier ein paar nach. Sind ja schnell da! Ist das ein Schuss, ein Kill? Also bei den Bogenschützen, ja. Okay, Ballisten sind gut, haben wir gelernt, ne? Das ist theoretisch eine zweite... War hier ein fruchtbares Land? Ne, war es nicht. Ähm... Das heißt, eine zweite Balliste würde sich hier auch lohnen. Ja... Ja... Haben wir eine zweite Balliste hin. Haben wir uns einen Spaß draus. Euer Gnaden? Ja, bitte! Ziel ist notiert! Belagerungsgeräte bemannt! Mein Bogen ist euer! Die Leute... ...sind auf dem Weg! Dann schicken wir alle nach da oben rein. Das ist meistens näher am Gegner. Mein Herr! In Bewegung! Da kann man jetzt eigentlich nochmal... Euer Gnaden? Ihr könnt auf uns zählen! Ne Lagerungsgeräte bemannt! Wir müssen nur... Wir müssen nicht vergessen, Steilnehmer zu verkaufen. Achtung! Bereits eure Lordschaft! Die sind fertig. Vorwärts! Ja, ein bisschen langsam. Hinten sind wir zwar nicht voll ausgerüstet, aber da hat er bisher auch nicht so... ...ohne Vorwarnung Leute hingestellt. Die Armpostschützen sind da. Das heißt, das sollte eigentlich kein Problem sein. Haben zu viel Mehl. Es sind nicht so wenig Bäckereien auskommen. Ist schon verwunderlich, ne? Hey! Hey! Nein! Weg! Wir sehen, was da passiert. Wir sind bis dahin gekommen. Wir haben jetzt vier Ballisten, die da schießen. Ein Ballistenschuss ist, glaube ich, ein Kill. Ja. Und damit komm mal hin. Äh... Spam vielleicht... Bin zur Stelle! Vielleicht hier noch ein paar... Eure Befehle? Rücken aus! Sind auf dem Weg! Nur um sicher zu gehen, dass hier hinten nicht die Dingels durchlaufen, die... Die Sklaven. Aber ansonsten würde ich mal sagen... Äh... Kalif, Kalif, okay. Der Blaue. Welcher war denn der Blaue? Was weiß der hier unten? Hier war der Gelbe. Okay, der scheint genug zu haben. Das ist wahre Macht. Genau. Schieben wir mal dem mal ein schönes... Schieben wir mal dem mal ein schönes Paket. 50... Bögen. 100... Achso, ne. Wie ist das denn? Menge... 100. Eure Verbündeten. 50. Ja. Wie ist dann Richard mit Gold aus? Löwenherz. Gold. Hat genug. Könnte also sofort anfangen. Ach, hat die verkauft oder was? Eure Verbündeten. Keine Ahnung. Mir egal. Ich hab genug. Eure Verbündeten. Eure Verbündeten. Eure Verbündeten. Holz hat er eigentlich. Achtung. Ich will es eigentlich denn... Achtung. Ich will es eigentlich denn... ob ich jetzt so richtig boosten? Äh, keine Ahnung. Im Laufschritt. drauf. Egal. Ich hab so viel Geld. Ich hab so viel Geld. Ich hab so viel Geld. Türme dagegen. Dann kann ich in seiner Nähe. Türme bauen? Den Gegner nicht. Aber ich kann bei ihm Türme bauen. Ich hab scheiße viel Geld. Jungen. Jungen. Was soll denn der Spaß? Die Jungs kommen bei mir rein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Mach mal nicht. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Ein weiter Weg. Keine Ahnung. Wenn er es selbst nicht hinkriegt, dann muss ich ihn halt unterstützen. Der steht noch mit seiner Armee da. Okay. Ich kann bis hier vorne hin bauen. Nein, 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 nein. Die Tür kann ich gar nicht bauen. Okay. Aber ich kann bis hier hin bauen. Damit lässt sich leben. Bin zur Stelle. Ich mein, ich hab's Gold. Ist mir jetzt vollkommen egal. Es werden Rekruten benötigt sein. Äh. Mein Bogen ist euer. Okay. Ein weiter Weg. Dann haben wir da umgehend fast 50 Bogenschützen da oben stehen. Damit können wir mal arbeiten. Ja, das Holz müsste uns auch noch eigentlich eine ganze Weile reichen. Selbst mit der großen Menge an Bogenherstellung. Steine sind ausgelastet. Von dieser größeren Armee vom Gegner. Die ihm überhaupt nichts bringt. Bin zur Stelle. Weil ich einfach gegen spammen kann. Es werden Rekruten benötigt sein. Die Bogen schützen. Mein Herr. In Bewegung. Das ist eigentlich gar nicht zu überlegen. Die Brücken aus. Sind auf dem Weg. Sind auf dem Weg. Ja, bis wir ne Leute drauf sind. Ein Hütter, ich nicht auf Verlust. Und ich habe ihm alles geschickt, was ich schicken konnte. Eure Befehle? Ne, drei sind schon oben geblieben. Der Rest von der hier ist voll drauf. Der Rest von der hier ist voll drauf. Ich überlebe einen. Ich weiß nicht. Die bannern bis hier vorne. Ja. Ich bin hier oben. Geil. Erstmal Schlag. Das ist warm. Boah. Meine Hand tut voll weh. Die ganze Zeit. Die Bewegung immer wieder. Hier. Das war jetzt der Angriff von blauen. Der war glaube ich fertig. Ja, dann würde ich sagen Operation Mangel. Also äh. Der beginnt. Mangel. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Einfach mal harmlos an. Hier oben in der Ecke oder so. Das hier. Wir werden überfallen. Ein schöner Viererblock. Und hier hinten dran bauen wir ein kleines Tor. Darauf stellen wir da. Mangel. Jetzt gehen wir richtig auf den Sack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gebt uns eine Aufgabe. Belagerungsgeräte bemannt. Ja. Bin zur Stelle. Die Jungs teilen sich jetzt mal hier drauf. Wir brauchen hier bloß zwei Platz eigentlich. Die werden ja alle in die Richtung schießen. Die dürfen sich eigentlich nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Nur hier hinten drauf will ich keinen stellen. Äh. Mangel. Ähm. Genau. Weil wir das Geld haben. Nehmen wir ein großes Torhaus. Ah ne. Ein großes Torhaus ist mir ein bisschen zu groß. Hat mir ein bisschen was ausgegeben für die aktuellen Einheiten. Äh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaub 6 waren's. Wohin gehen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaub 6 waren's. Wohin gehen wir? Okay. Hier. So ein. Wups. Bin zur Stelle. Eure Verbündeten. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Eure Versorgungskarawane ist eingetroffen. Ich danke euch mein Lord. Rücken aus. Ach ne. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Ich weiß das es eh keiner packt hier. Lang zu laufen. Mein Herr. Rücken aus. Kann sich die da oben stehen? Eure Befehle? So. Und jetzt. Haben wir Spaß. Ziel im Visier. Das ist die Frage. Kann ich die töten? Ja. Wahrscheinlich. Bin zur Stelle. Aufhören. Macht irgendwie gar nicht so viel Spaß mit dem Mangel. Wenn der halt immer da durchläuft. Seine Einheiten. Habe ich hier irgendwie ein Problem? Ja. Da kommen die halt wieder. Die stehen. Da mal die stehen. Ja. Da sind auch wieder viele da. Boah. Soll ich einfach mit den Probenschützen reinrennen? Das probiert der da. Ja. Seine eigenen Einheiten kaputt. Das ist wahre Macht. Äh. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Keine Ahnung wie man jetzt Bogenschützen erreichen kann. Aber ich glaube genug. Ja. Wir sind hier oben auch versorgt. Gut. Das Einzige was jetzt verkauft. Achtung. Es werden Rekruten benötigt sein. Und los. Und marsch. Nummer 4. Das Einzige was fehlt sind Leute. Achtung. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja genau. Was machen wir dann? Wenn wir mit den Bogenschützen rein. Also versuchen wir dann. Machen wir wieder Squads. Rücken wir in Squads vor. Machen die Türme leer. Wenn die Türme leer sind. Dann gibt es keine Bogenschützen die das Feuer anzünden können. Gucken wir dann mit dem Ding ins macht. Mit Katapulten. Mal gucken. Machen. 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 Vollkommen egal. Das sind so viele. Das. Machen. Machen. Ja die haben schlechte Park. Machen. Ja. Was halt der blaue der da drüber angreift. Machen. Machen. das interessiert mich nicht das heißt theoretisch könnte ich hier noch ich bin da was hinbauen aber ich habe absolut kein interesse daran bin zur stelle es werden rekruten benötigt sei er macht wir werden eine nachricht von richard löwenherz ich habe wichtigere pläne mein ort ich überlasse euch diese ehre eure verbindeten oder verkauft habe ich mir erst mal mit geld zugeschissen nein ich hab viel zu viel holz steine auch mein bogen ist euer ist einfach alles instant tot ein erträglicher verlust mein herr ziel im visier den regen an steinen kannst du nichts machen eure befehle habe ich ein paar von meinen eigenen profi naja aber da kommt nichts ernsthaftes messen gegner bin zur stelle in bewegung keine ahnung warum sind sie weg es werden waffen benötigt sein muss doch mal eine schulter als größer erreicht haben oder vorwärts zur stelle eure lordschaft ja eine erträglicher verlust bogenschützen bereit mein bogen ist euer rücken aus court 3 mein herr im laufschritt das erste wird die vorhut dann kommen die 50 eure verbündeten kein bock da drauf eure befehle ich kann hier lang sind auf dem weg bin zur stelle in bewegung das ist wahre macht ja rücken aus bogenschützen bereit wir werden überfallen ja ich habe mich noch nicht an die andere schützen gekümmert und los mein bogen ist euer mein herr sind auf dem weg eure befehle bravo bin zur stelle ja bogenschützen bereit in bewegung mein bogen ist euer mein herr rücken aus eure befehle bin zur stelle ja sie können sich nicht gleichzeitig um alles kümmern ich glaube ich habe ziemlich viele leute verloren ja bogenschützen bereit ich glaube ich habe ziemlich viele leute verloren sein problem ist aber bin zur stelle dass 150 leute nicht viel für mich sind es werden rekruten benötigt sei mein bogen ist euer ein weiter weg mein herr waffen geschultert was auch immer bin zur stelle es werden rekruten benötigt sei eure befehle ich kann jetzt einfach ich mache es jetzt einfach wie die amerikaner ein weiter weg schiebt einfach leute nach eine nachricht von alice bewegt eure armeen aus der reichweite meiner burgwelle und zwar sofort zur stelle ach vorwärts und los ja sind auf dem weg bogenschützen bereit scheier waffen geschultert mein bogen ist euer in bewegung ja die sind verloren eure befehle ich bin zur stelle rücken aus zur stelle ach und los im laufschritt scheier waffen geschultert ja sind auf dem weg das vorratslager ist voll mein lord ok darum kann ich mich mal schnell kümmern eure verbündeten bin zur stelle es werden rekruten benötigt sei bogenschützen bereit nächstes weiter weg problem ist jetzt äh mein bogen ist euer lasst die pfeile fliegen ja mein problem ist jetzt ich krieg die mauer nicht weg ein mann das ist meine die die können wir helfen wir machen uns auf ein guter marsch ja irgendwie muss ich die mauer nicht loskriegen bin zur stelle es werden rekruten benötigt sei vorweg dass ich grad so ruhig war ich hab mich halt voll hart konzentriert ein weiter weg und einfach da rein zu feuern killt alles was da drin gebaut wird euer gnaden kein nach dem baumeister laufen wieder unterschiedliche wege na was soll's zur stelle keine ahnung mobilkatapulte brauche ich eine konstruieren belagerungsgeräte wir werden überfallen wir werden überfallen der da oben eine balliste eure befehle eine nachricht vom kalifen bleib meinen ländereien fahren ungläubiger bleib fahren in bewegung bin zur stelle katapult wird bewegt ja der hat jetzt angefangen abzureißen eigentlich hätte ich ihn auch anzünden können ne einbogen schätze alle tot ja ja so gut wie er lebt dann ist mir gut eine nachricht von kalifen was ihr wagt es in meine ländereien einzufallen dafür wärtet ihr büßen So gut wie erledigt So gut wie erledigt Hmm Geht einfach das Ding aus Bravo So gut wie erledigt Die Waffenkammer ist voll, my lord So gut wie erledigt Ich wollte einen Weg hier rein Ähm Bin zur Stelle Es werden Rekruten benötigt, Seier Bogenschützen bereit Stop Mein Bogen ist euer Die Bogenschützen? Brücken aus Warte nicht mehr Achtung Oh Ups Mein Herr Ja, wie steht das? Ich Ich werde es euch schon zeigen, Ungläubiger Und Die Waffenkammer ist voll, my lord Hab ich noch Eine Nachricht von Richard Löwenherz Gute Arbeit, my lord Wir sind zutiefst beeindruckt von eurer Leistung Ja Sind auf dem Weg Achtung Mit Haaren am Brust schützen Es werden Rekruten benötigt, Seier Weil die sind dann dafür da Seier Wenn Rücke aus Die alle hier doofen Bogenschützen bereit Waffen Waffen Zur Stelle Achtung Und Los Mein Bogen ist euer In Bewegung Achtung Es werden Waffen benötigt, Seier Nein Waffen Geschultert Rücke aus Bin zur Stelle Es werden Rekruten benötigt, Seier Keine Ahnung Scheiß Eure Verbündeten Keine Ahnung Der dürfte nicht Mein Herr Zu wenig Geld haben Rücken aus Das ist wahre Macht Eure Befehle Bin zur Stelle Bogenschützen bereit Bereits Eure Lordschaft Katapult bereit Mein Bogen ist euer Zur Stelle Sie haben Keine Chance Wie weit ist der da oben Ein gutes Stück Die Ballisten Die gefallen mir nicht Die machen einem immer so gerne Die Dingens kaputt Bin zur Stelle Würde ich sagen Überfallen wir ihn einfach mit Es werden Rekruten benötigt sein Mein Herr Bogen schützen Machen die Ballisten Ein weiter Weg Der Löwenherz Der hat doch alles 26.000 Soll ich ihm irgendwie Ritter schicken oder so Der Kornspeicher ist voll Bin zur Stelle Ja dann verkaufe ich halt Brot Meine Güte Diese Politik der Nullsteuer Hätten wir als letztes erwartet Eure Befehle sind auf dem Weg Bin zur Stelle Alle hier rein Ja In Bewegung 118 dürften da nicht reichen Bin zur Stelle Es werden Rekruten benötigt sein Bogen schützen bereit Rücken aus Mein Bogen ist euer Eure Befehle In Reichweite Ein weiter Weg Und los Ja gut Bin zur Stelle Es werden Waffen benötigt sein Bin zur Stelle Mit den Bogenschützen Hinterher gekommen Ein weiter Weg Und waren schneller Als unsere Produktion Alle Steinen Kommen wir einfach nicht nach Ja Holz Haben wir hier auch schon Fast alles abgesäbelt Ja hier ist Hier ist komplett frei Warum treffen die nicht? Das ist immer noch so Als ob der irgendwie So einen Lackschutz hätte Die Ambrustschützen haben wir nicht mal geschossen So Haben wir jetzt noch Nehmen wir mal nicht Wir machen einfach hier Nur noch was Wir haben niemanden mehr am Laufen Bis auf die Waffen Schützen bereit Machen Geschultert Katapult bereit Mein Herr Mein Bogen ist euer Unerreichbar Okay ja Mir egal Sind auf dem Weg Wir werden überfallen Ich muss nach links Zur Stelle Eure Larcher Achtung Eure Befehl Bin zur Stelle In Bewegung Und los Waffen geschultert Zur Stelle Eure Larcher Die müssen wir Das Ding ist hier weg Kriegen Ja Bogenschützen bereit Rücken aus Eine Nachricht vom Kalifen Ihr seid schwach und gläubiger Meine Streitkräfte werden euch letzten Endes in die Knie zwingen Eine Nachricht vom Kalifen Bewegt eure Armeen außer Reichweite meiner Burgwelle Und zwar sofort Sind auf dem Weg Katapult bereit Eine Nachricht vom Kalifen Was? Ihr wagt es in meine Ländereien einzufallen? Das sind die Orten Kurzer Prozess Katapult bereit Was nicht wie ein kalten Haps So gut Eine Nachricht vom Kalifen Bleibt meine Ländereien fahren Ungläubiger Bleibt dann Gehen vorwärts Katapult bereit Katapult bereit Heilung Herrlich Wir benötigen Steine So gut wie erledigt So gut wie erledigt Das ist ein Erträglicher Verlust So gut wie erledigt Ja zielgenau sind sie mich Ja zielgenau sind sie mich Ja zielgenau sind sie mich Hervorrag Schieß auf irgendwas Ja zielgenau sind sie mich So gut wie erledigt Ich bin Achtung Mein Bogen ist euer Es hat nicht gereicht. Es hat tatsächlich nicht gereicht. Ich hätte es nicht gedacht. Die Waffenkammer ist voll, my lord. 70 Bogenschützen haben nicht gereicht. Ich werde es euch schon zeigen, ungräutiger. Woher kommen die 14 Bogenschützen? Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ich muss sagen, mit dem Gold war ich gar nicht mal so gut. Okay, Richard Löwenherz, dem habe ich ja zugeschissen. Aber selbst der zweite, der blaue, der hatte zwar den Vorteil, dass er nicht meine Angriffe aushalten musste, sondern die vom Richard Löwenherz. Aber trotzdem mehr Gold als ich. Gut, Nahrung hat keiner, aber ich musste auch verkaufen. Holz war der blaue auch besser. Stein, klar, war meine einzige Ressource, meine sichere. Eisen, genau 500. Okay. Ja, produzierte Waffen, aber verlorene Einheiten war ich nicht mal der schlechte... Na, der zweitbeste. Getötete feindliche Gruppen. Wie viel habe ich noch nicht getötet? Wahrscheinlich nicht beim Angriff, nehme ich mal an. Sondern einfach nur in der Verteidigung. Wahrscheinlich vielen Sklaten. Ja, genau. Angstfaktor, mache ich nie was. Zerstört feindliche Gebäude, verlorene Gebäude. Passt. Passt eigentlich. Eigentlich passt's. Und damit, danke fürs Zuschauen, war ein bisschen längere Runde. Ich musste mich am Ende ein bisschen mehr konzentrieren, als ich es eigentlich erwartet hatte. Aber das waren jetzt, glaube ich, drei Runden. Genau, drei Runden bisher. War interessant. Muss mich wieder ein bisschen dran gewöhnen, am Anfang nicht zu viel auf Eko zu gehen und auch wieder auf Verteidigung aufzubauen, weil sonst kommt einfach jemand wie der Kalif und brennt mir einfach meine Hütte ab. Und das ist ungeil. Und damit bis zum nächsten Mal. Haut rein!